Wie sieht denn jetzt meine Situation aus? Wir haben Medaillen in der Barracks, Commander. Wenn man einen Soldaten merkt, einen Award. Die dürfen sie nicht. Shirley Holmes, komm. Du kriegst mal deine erste Medaille. Du hast ordentlich mehr gerockt, die Sachen. Und Defenders Metal. Mediquid Restoremeer. Marco Roadblock Guppy. Du bist eh schon so hart am Heilen. Gebe ich lieber ihr, glaube ich. So, Officer Training School. Squad Size 2. Is available for all nearby Lowerville Squadmates. Zwölf Tage bis zum Council Report. Zwei von fünfen Ovid. Ich krieg noch einen kurz vorm Council Report. Ich frage mir zuerst Russland oder zuerst... Argentinien hole. Wenn ich zwei kriege, könnte ich sogar Argentinien und Brasilien retten. Für diesen Monat. Wenn nicht noch irgendwas passiert. Zummer Scouts Tramble Interceptors. Razer Cannon. Soll es aber easy sein. Mit meinem... Schieß! Meine Güte! Ich dachte schon jetzt ey. Irgendwo Crash-Side. Irgendwo auf dem Wasser gelandet. Das ist ein Sky Ranger. All in heißt ja. All in heißt ja. Edit Unit. Abilities. Okay. Tactical Sense. Confirm. Light and Reflection. Confirm. Leutnant. Fire a shot that causes enemy to run out of cover. Okay. Clear Units. Sie sind alle noch einen Tag verwundet. Zehn Tage. Und acht Tage. Edit Unit. Loadout. Auf jeden Fall das. Erste Raffel könnte ich auch geben. Loadout. Ja. Ist hier ein Arc Thrower. Ja. Hier ein Arc Thrower. Loadout. Captain und Corporal. Das ist auch ein ziemlich mieser Aim. Was hat er jetzt eigentlich schon Aim? Edit Unit. Wow. Da hat er aber Aim only nach oben geschnellt. 71. What the fuck. Wenn er gegen den 80 hier ist immer noch ziemlich. Naja. Nicht so dolle aber. Make Items Available. Wieso habe ich meinen Scope nicht mehr. Oh nein. Ach der. Ach der. Ach der ist echt der Charakter der auf die Mission gegangen ist mitgenommen. Der Scope. Aha. Hm. Ne. Ist klar. Ähm. Ich fürchte wir müssen noch jemanden benennen. Ähm. Baracken. You soldiers. Machen wir halt irgendwie jemanden den wir hier. Erstes Customer ist für Folge 14, ne? Richtig schön bei diesen Farben nehmen. So, auf geht's, Kampf 14. Oh, ich habe sogar einen von 80, woops. Da habe ich eine geile erwischt. Customize. So, würde ich sagen, Launch mission. Kampf 14, los geht's. Irgendwo im Wasser abgestutzt. Bin ich mal gespannt, wie das Schlachtfeld jetzt aussieht. Okay, wohl eine einfache Insel sozusagen. Schau mal, da zählt nicht das Wasserabsturz. Aber es ist trotzdem neu. Definitiv. Definitiv neu. Ich werde sie erstmal da hinschicken müssen. Ohne Sniper spielen ist echt anstrengend. Alien Objekt in Sicht. Oh. War sehr gut. Gucken wir mal direkt Aliens finden, oder? Wollen wir das lieber sein lassen? Ich stelle mich nämlich daran, dass es hier nämlich weniger Aliens sind. Verstanden, unterwegs. So, eine Shotgun. Muss mit und hin. Hört mich nach Siekan an. Ich kann mal Run and Gun benutzen, wenn ich hier hin dasche. Oh, ich jetzt sogar noch. Das nehmen können zum Übernehmen sozusagen. Ach man, ist die langsam. Lydia, du musst mehr Sport machen. Brücke aus. Boah, was sag ich gerade? Das ist jetzt so eine Action-Camp. Boah, irgendwer hat mir gerade den Kopf damit verdreht. Oh. Oder Mutons. Das ist jetzt glaube ich eher noch Mutons an. Magnos. Ben dran. Oh. Unter Kontrolle. Hm, hab ich den hier abgeschossen, Mensch. So, mal ein bisschen hier so eine Linie da vorne bewegen. Okay, da drinnen ist was logisch. Hört sich aber auch ziemlich gefährlich an, okay, und hier hinten ist noch mal meld. Mhm. Okay, da ist das Vieh wieder. 45. Wir sind immer noch hier flankiert, würde mich verarschen. 40. Ich muss ein Stück weiter vorlaufen, der ist mal ultra langsam wieder. Das Problem ist nicht, dass die so viel Schaden machen. Ach, die kann ich drüber springen? Na, Quatsch. 45. So, mal, dann hatte ich ein Holo-Targeting. Du bist auf jeden Fall so. Dann bin ich hier 50. Ne, 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 ne. 50-50 Chance, hat nie funktioniert. Immer auf die Neuen, ey, was ist denn das? Hahaha, ich darf nicht da hin, der ist nicht da bloß, ah, shit. Noch ein Versuch, Holo-Targeting. 81. Kann das vielleicht meine neue hier machen, meine neue Tante? 90, komm. Jawoll. Der hatte nämlich auch schon mal auf jeden Fall ein Level, meine Emma Watson. Da hat sie eliminiert. Wenn du die wisse, alles schon platt, die kommt grad erst an. Oh, Newtons. Ihr hättet nicht mit daschen rufen sollen. Definitiv nicht mit daschen. Oh, shit. Hab ich noch jemanden andern? Ich kann auf Overwatch gehen. Bloodcrawl, was bringt der den Bloodcrawl? Ging der irgendwie genauigkeitsboost oder irgend so was? Da kommen ja noch mehr. Ziel in Sicht. Ja, schießt das Raumschiff. Kaputt. Hm. Hm, 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 hm. Nehme ich hier ne Schredderrakete für den ganzen Kram? Jetzt kann ich nicht damit alles erwischen. Alles. 51, 41. 50. Hier noch gar nix. 60 und sonst nix. Hat ja echt ne Sichtweite von nischt. 7, 3. 2. 2. Okay. Vom. lustig ist das jetzt die Newtons zu viel Damage machen. Ich werde eine Schredderakette nehmen, damit wir die Kleinen ausschalten und die Mutons mit verletzen. Aber damit mach ich auch halt den Schiffscomputer kaputt. Ja, was solls. Mach ich alles grad kaputt, was da im Schiff ist. Boom. Achso, die bringen die Leute in Panik, wenn sie sowas machen. Das ist ja nicht euer Ernst. Zwei Leute von... Buu, buu, buu. 61, das sieht doch gut aus. Nicht. 56. Jawoll, tot. Corporal Ganzauge ist ohne Promotion. Ja, Lydia. Endlich ist mir was verdient hier. Der ist auf jeden Fall auf Overwatch da hinten. Du, du, du. Nachladen. Wenn ich da jetzt... Warte mal, die hat doch Blitzreflexe. Könnte ich das auslösen? Ich hab ja grad meine ganzen Entdeckungen auf dem Weg dahin geschrottet. Ich glaube, ich sprinte einfach mal hier rüber. Um wieder unsichtbar zu sein nach dem Aktion mit Lightning Reflexes. So. Dann halt noch mal so einen blöden Overwatch hinmeer, weil wir ihn da hinten gehen. So. Jetzt kann die sich da hin bewegen. Ach. Den reicht's halt wieder nicht. Für sie schon gar nicht. Ach. Ach. Für sie schon gar nicht. Ach Gott. 30%. Ne. Geht's hoch. Oh, watch. Der soll sich möglichst nicht bewegen. Schieß einfach nur auf die. Das war irgendwie zu erwarten. Jetzt ist meine Deckung weg. Kann ich Run and Gun benutzen? Oder ich könnte versuchen, Gefangenen zu nehmen. Das, glaube ich, deutlich lukrativer wäre. Was aber bedeutet... Das sind, wie sie irgendwie schützen. Ich gehe einfach da hin. So. Dann habe ich aber nur noch MG, Leute. Der soll eine Schrollflinten-Tussi ihm. Oberwatch, falls er so dumm um die Ecke kommt. Jetzt lass ich mal da rüberdashen. Oberwatch, falls er hier dumm um die Ecke kommt. Du duchst auch noch da hin. Oh. Fuck. Jetzt ist er auch im Overwatch. Und zwei Leuten. Ja. Sergeant Holmes, unsere Promotion. Tja, soviel zum Gefangenehmen. Schade. Ja, Newtons hat nochmal viel mehr Leben. Die waren übelst schwer, fand ich mal. Tja. Wurde ich sagen, war Folge 14 doch deutlich erfolgreicher. Dankeschön.